Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play They Are Billions. Joa, letztes Mal bei Versuch 35 glaube ich, wir sind jetzt bei, ah ne 36 und jetzt haben wir 37. Ich habe ja schon eingetippt, weil ich ja gucken wollte, wie wir weitermachen. Wir waren ziemlich nah dran, also am weitesten bisher, was 270% angeht. Und ganz ehrlich, da wird schon solche Fortschritte gemacht haben und ich auch weiß, wo meine Fehler beim letzten Mal lagen. Ich habe ja die Umfrage gemacht aus Interesse und es ist so ziemlich 50-50 von den Meinungen, ob ich von den Tagen hochgehen soll oder nicht. Von daher belasse ich es dann bei mal, es war irgendwie so 51 zu 49% beim letzten Stand, als ich geschaut habe. Also dafür, dass ich es belasse und es wäre auch meine Entscheidung, es erst mal zu lassen, da es jetzt nicht so aussieht, als würde ich stagnieren. Also, die längste Zeit der Folgen sah so aussatzwürdig stagnieren, aber mittlerweile finde ich, ich mache Fortschritte, ich weiß, wo meine Fehler beim letzten Mal waren. Ich glaube, wir können das schaffen mit diesem Multiplikator, trotz verringerter Konzentration durch Let's Play. Also, selbst wenn ich mich anstrengen und das Kommentieren runterstelle, werde ich niemals zu 100% effizient spielen können, wie es wäre, wenn ich nicht aufnehmen würde. Also, das möchte ich nochmal in den Raum werfen. Es ist, ich glaube, wenn ich nicht aufnehmen würde, hätte ich es schon längst geschafft, aber, ja, Let's Play-Abstriche und so. Es gibt tatsächlich Leute, es gibt aber nur sehr wenige, es gibt einige wenige Leute, die können das. Die können kommentieren und haben 100% Konzentration im Spielen. Also, da habe ich irgendwie so das Gefühl, diese Leute können ihre beiden Hirnhälften voneinander loslösen und jeder auf eins konzentrieren lassen, weil ansonsten lässt sich das kaum erklären. Aber großen Respekt an diese Leute und, ähm, diesen Trickpunkt möchte ich übrigens erfüllen, wenn die Map scheiße aussieht von Grund auf, starte ich neu. Denn, wenn wir hier kein Grünland in der Nähe haben, haben wir eh verloren. Äh, hi. Ist die Map gut, ist die Frage. Ja, nein, das ist ja nicht. Ich sehe jetzt auch mal, oh Gott, aber wir haben so viel Geld in der Nähe. Ich weiß es nicht. Alter, was kommt denn da? Ihr könnt es auch folgendermaßen sehen. Wir bauen erstmal einfach auf, ich kann mich immer noch umentscheiden. Ähm, Häuser. Hm. 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 Wo bauen wir die Häuser hin? Ich meine, wir haben Steine in der Nähe, wir haben Holz in der Nähe. Das ist nicht das Problem. Obwohl das mit dem Holz auch... Es ist... Es ist ein beschissener Start. Okay, ich will ganz ehrlich sein... Ich weiß... Ich starte ungern eine Map neu. Aber... Diese Map... Ich glaube, wir werden versagen. Wir müssen schon für unser erstes bisschen Grünland kämpfen. Das Holz ist zu weit weg, um hier effektiv eine Sägemülle zu platzieren oder auch nur eine Jägerhütte. Wir kriegen hier zwar eine Fischerei hin. Wie viel würde die uns bringen? Äh, acht Nahrung. Die Jagdhütte zumindest sieben vor zu Beginn. Aber schon allein fürs Holz müssten wir expandieren und... Aber wir hätten Schocking-Tower und eine Menge Ressourcen. In welche Richtung wollen wir expandieren? Mit den Häusern, ist die nächste Frage. Hier ist Kacke, weil der Stein in der Nähe ist und weil wir hier ein Zombie sind. Hier oben wäre die einzige logische Erklärung, aber da haben wir dann noch das Fahnenland im Weg und anderes. Wahrscheinlich wirklich in die Richtung würde ich mit den Häusern gehen. Wisst ihr was? Ich fange einfach mal an. Scheiß drauf. Was soll's? Das ist jetzt nicht das Allerkleverste unbedingt jetzt hier aufzubauen, wo auch noch die Zombies... Ich probiere es jetzt einfach. Ich probiere es jetzt einfach. Wenn es nicht klappt, dann... Dann klappt es nicht. Hab ich gehört. Das Gericht geht um. Ziehen wir uns mal ein bisschen von der... Von dem Ort weg. Wo unser tolles Headquarter steht. Und unsere Häuser. Und alles überhaupt. Ähm... Fischen, bitte. Und ja, ihr könnt es auch so sehen... Wenn ich neu starte beim... Also sie ist nicht ultra schlecht. Wir hatten schon viel, viel schlechtere Maps. Sie... Sie... Geschenkt uns jetzt nicht die Map. Aber ganz ehrlich... Ich finde es irgendwie ein bisschen unfair und ein bisschen geschummelt, wenn man immer wieder neu startet, bis man eine ultra gute Map hat. Das ist so... Ich weiß nicht. Es ist gemogelt auf irgendeine Art und Weise. Ja, Sägemühle. Dafür brauche ich aber erst mal einen Pylon. Mach mal einfach mal. Hm... Wartet, 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 wartet. Platznutzung und so. Hier habe ich ein bisschen zu offensiv... Offensiv... Erkundet. Dass ich jetzt so viele Zombies mitgezogen habe. Lässt sich gerade wenig tuten in der Richtung. Aber lassen wir einfach mal alle Archer das Problem lösen. Schauen wir mal. Jagdhütte. Hau rein. So hätten wir schon mal den Start. So, so aufstellen. Das Soldat wird hoffentlich da drüben ein bisschen aufpassen. Hier wird sich hoffentlich nicht zurückschleichen. Ich baue gerade auf Hoffnung, ja. Hey. Hoffnung. Das ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Und ich werde gerne enttäuscht. Oh, yeah. Komm, holen wir uns mal hier die Ressourcen. Auf die Idee hätte ich auch schon früher kommen können. 15 Holz. Na, damit kann ich doch leben. Wie gesagt, so ultra schlecht ist es gar nicht. Es gibt Leute, die leben mit weniger. Und sterben mit mehr. Aber gut, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt mit der Mentalität hingehen. Es gibt immer einen schlechteren Spiele. Dann kommen wir auch nicht so viel weiter. Ja, es gibt doch Leute, die über 20% versagen. Das bringt mich aber bei meinen 270% nicht allzu viel weiter, diese Mentalität. Äh, patrullieren wir mal da lang. Votre für den Präsidenten! Hm. Die Balliste kriegen wir einfach geschenkt, wenn ich es richtig sehe. Oder die Technologie für die Farm. Eine Balliste gleich zu Beginn zu bauen, ist unglaublich nützlich. Ich fahre mal vor schon mal noch früh genug, zumal eh nicht genug Grönland in der Nähe ist, dass es sich richtig lohnt. Ich nehme mal die Gratis-Balliste. Die könnte unglaublich nützlich sein. Es gibt schlechtere Boni von den Staaten. Klar könnten wir Boni haben, die uns langfristig was bringen. Wie beispielsweise mehr Nahrung durch Jägerhütten oder sowas. Aber ich finde, diese erste Balliste, die bringt uns auf jeden Fall was. Hm. Nahrung. Ja. Jetzt geht's los. Stein. Ja, den Stein können wir uns holen. Sechs an der Stelle. Wisst ihr was? Dann holen wir uns die vorhin sechs. Komm her. Du wirst uns für uns verdienen, oder? Sind es noch andere Nahrungen, die zu verdienen? Ja, Nahrung kriegen wir gleich nochmal ein bisschen dazu, aber... Wir müssen auf jeden Fall... In diese Richtung. Denn da gibt's mehr Bäume, dort gibt's mehr Spaß. Du wirst uns für uns verdienen, oder? Du wieder. Das besser wäre gut. Und hier können wir uns Ressourcen holen. Wenigstens mit Ressourcen sind wir auch bedient. Das ist... Vor allem die Ressourcen, die rumliegen, haben mich dazu entscheiden lassen, es doch zu probieren. Mit dieser Schwierigkeit. Äh, Schwierigkeit. Mit dieser Map. Wenn ich schon selbst verwirrt. Das hat das Problem, wenn ich weniger Konzentration aufs Kommentieren lege, dann können öfters mal... Was bekommen uns... Unüberlegte Ausdünstungen, die habe ich auch so, aber... Ja? Was willst du jetzt? Geh meine Ere. Geh direkt ins Herz. Ja. Okay. Ja, da sind ganz viele Zombies noch. Aber ja. Hab Spaß. Habt alle Spaß. Hilf mir. Ja, Stein kommt rein. So muss es sein. Hm, hm. Hier habe ich übrigens absichtlich einen Platz gelassen, weil wir könnten die eh nicht... Ihr wisst ja, so das Problem mit... Hm, kein freies Flughafen. Du bist wieder. Geh meine Ere. Haftsächlich würde ich jetzt meine Häuser dann gerne in diese Richtung weiter expandieren und hier irgendwo Marktplatz und Bank hinbauen. Das wäre praktisch. Unter den praktisch gesoffen wäre das. Äh... Neue Nahrung. Ich hätte gerne die 12 hier. Haben wir uns verstanden? Wir haben massiv Holz. Hm, hm, hm. 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 Ja, komm, komm drauf. Machen wir hier. Sind wir einfach mal ein bisschen aggressiv? Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Oh Gott, ey. Die, die mit ihren erhobenen Armen rumsch... Wegrennen. Ich denke immer, da kommt jetzt gerade ein Renner-Zombie hin. Ne? Die scornen doch nicht so ein. Ist doch bitte weg. Dankeschön. Was willst du jetzt? Ich wollte ja eigentlich sagen, ab jetzt pausiere ich viel mehr, aber derzeit sehe ich gerade kein Need darin. Also jetzt wird es pausieren. Es gibt nicht sehr viel zu überlegen oder zu planen oder umzuschichten. Wir haben jetzt am Anfang... Der Anfang ist sehr, sehr linear. Wir müssen halt bloß gucken, in welche Richtung will ich die Häuser expandieren. Und Baum. Oh. Hier geht es wieder. Soldato passt mir hier oben auf. Das gefällt mir nicht so wirklich. Das umgedeckt zu lassen. Die Mühlen haben sich immer als mein größter Feind erwiesen. Ach ja, tell me. Erzähl mir mehr über die Mühlen. Girl. Das darf ich nicht vergessen. Die Jäger kosten keine Nahrung. Ich hole jetzt einfach mal rein. Was ist Zeicheld? So, jetzt können wir wieder mehr Häuser machen. Häus R, Häus D, Häus S. Häus Lies. So, du beschützt mir die tolle Yagos Hütus. Wir sind schon bei Tag 4. Darauf ein Bier. Lagerhalle kann noch warten. Andere Sachen können noch warten. Ich bleib erst mal. Gespannt. Oh Gott, sie ist eine Prostituierte. Habt's ganz gut noch gehört. So, jetzt habe ich eigentlich schon fast zu viel Stein. Wir könnten den Steinbruch nicht wieder einstellen. In der Zwischenzeit, ich glaube, wenn er deaktiviert ist, kostet er auch kein Geld mehr, oder? Yep. Wir kriegen tatsächlich noch mehr Gold rein. Das heißt, Gebäude clever zu aktivieren und wieder deaktivieren kann. Auf jeden Fall. Was bringen. Mit Wirkern mal vorsichtig umgehen, dann können wir nämlich schon bald eine Schreinerei bauen. Meine erste Ballett... Oh, ich wollte schon gerade sagen, ist das Ding... Ich habe es selbst deaktiviert, ne? Und habe gerade gedacht, scheiße, ist das Ding infiziert worden? Ja. Genau. Genau. Hallöchen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht unbedingt was angelockt. Du hilfst mal hiermit. Und gut ist. Mein Ball ist bereit. Okay. Hm. Wird sich anbieten, ne? Ich meine, meine Häuser will ich in die Richtung bauen. Hier müsste ich jetzt erstmal noch einen Pilouen bauen. Komm, ich hätte gerne so schnell es geht, die Technologien hier. Mir fällt aber auf, dass ich tatsächlich schon unterbewusst besser im Spiel geworden bin. Ich muss schon viel, viel weniger nachdenken, um Dinge richtig zu machen, ne? Ich meine, an der Stelle, wo ich jetzt bin, habe ich schon öfters mal versagt, obwohl ich schon viel mehr Hirnschmalz reingesteckt hatte, an manchen Stellen. Was Leute auch ein bisschen unterschätzen, ist die Tatsache, viele haben ja gemeckert, dass ich so lange gebraucht habe, um zu merken, dass viele Ranger in einem Fleck viele Zombies trägern. Aber ich fand, das war nicht so ultra offensichtlich. Denn es kam immer zu einem gewissen Zeitrahmen. Und ich dachte schon immer, es ist klar, dass man anfangen... Man kann klar Muster erkennen, aber das Problem ist, es gab so viele Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, warum mit so vielen Zombies kommen. Es war ja nicht nur, dass da viele Ranger waren. Es war immer genau der Zeitpunkt, in dem ich mit Gebäuden weiter mich ausgebreitet hatte. Es war genau immer der gleiche Zeitpunkt, in dem man ausgehen könnte, dass einfach allgemein mehr Zombies zu diesem Zeitraum kommen. Und dann war es auch nicht so offensichtlich. Und wenn wir das Ding verlieren, könnte dies unser Ende sein. Das ist aber, glaube ich, nicht. Alles klar. Dann ist er gut. Einfach reparieren und gut ist. Es hat nichts großartig angelockt. Von daher ist es okay. Wollte schon sagen, schießt du den bitte kaputt? Hallöchen. Okay, das sind, glaube ich, noch die, die jetzt hungrig geworden sind, nachdem sie... Ich glaube, da oben hätte ich am liebsten meine erste Balliste. Die Bar-Balliste. Die überlege ich eure erste Zerforschung gleich, dass ich gleich noch mehr aufbauen kann. Hi. Das scheint noch in Ordnung zu sein. In die Richtung hätte ich dann tatsächlich gerne meine erste Balliste aufgestellt. Wir könnten sie natürlich auch in Richtung des ersten Angriffs stellen, aber ganz ehrlich, um den ersten Angriff abzuwählen, brauchen wir nicht gezwungenermaßen eine Balliste. Problem, was ich habe... Das kriegt die hin. Ich brauche dafür auch zwei Arbeiter. Problem behoben, aber das ist auch nur eine vorübergehende Lösung. Wisst ihr was? Ich bin vorsichtig. Das muss tatsächlich erstmal reichen. Man muss mal so. Was? Dann können wir nämlich die Ranger noch besser verteilen und gut ist. Ja, ich brauche trotzdem mehr Nahrung. Da kommen wir nicht dran vorbei. An dem Spaß. Was? Du wieder? Von daher, weiter Aufstellung nehmen, weiter expandieren in die Richtung. Süden ist auch sehr lecker. Ich muss mich erstmal für eine Richtung entscheiden. Ich hätte am liebsten erstmal noch das hier. Ja, so viel mehr können wir da nicht holen. Das ist dann, wir holen uns gleich die Farben. Ne? Das mache ich gleich als nächstes. Das ist nicht das Ding. Sehr gut. Dennoch haben wir so leichte Problemchen beispielsweise hier. Einen schwarzen Anzug träger. Also. Also er trägt einen schwarzen Anzug, ne? Ja. Mein Bruder ist fertig. Okay. Yay. Wir haben unseren ersten Veteranen-Ranger. Der erste Wetterhahn im Stall. Nice. Ich bleib dabei, dass wir dringend Nahrung brauchen. Und ich geh mal dieses Risiko ein. Die Balliste sollte das decken können. Das da oben scheint nicht so große Probleme zu verursachen. Hier geht es wieder. Mehr als mein Boot. Bist du sicher? Ein bisschen gegen den Süden zu gucken, ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Beantächtigung. Gebäude komplett. Schön. Hallöchen. Herr Zombie, was machen Sie denn hier? Holz. Ja. Ich habe ein Problem entdeckt, Herr Obe. Irgendwo war aber noch so ein Black suited. Are you sure? Da ist schön vorsichtig sein und bleiben. Hmm. Grübel, grübel, grübel. Jetzt mal ganz kurz nachdenken. Wie wollen wir weitermachen? Der Marktplatz erforschen ist schon mal nicht verkehrt. Dennoch. Der Wachtturm hat es vorige Zeitige Investitionen, um zu gucken, wo wir hinwollen. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo ich hin will. Ich bin im Süden. Hier ist sehr viel freies Farmland. Das ist sehr gut. Aber die besseren Hütten erforschen wir schon mal. Der Marktplatz, da haben wir eh noch nicht die Bevölkerung für. Farm braucht Holz. Und das müssen wir uns jetzt wiederholen. Oder haben wir irgendwo noch Drops zum Lutschen? Lutsch, Drops. So, hier oben. Könnten wir den Soldat mal ausdienen lassen. Schauen wir mal, was die Farm hier oben bringt. Nicht sehr viel, aber Hauptsache, wir kriegen erstmal Mittelstadtnahrung, weil das ist gerade unser allergrößtes Problemchen. Hm, wir müssten bauen können. Ja, komm. Was soll's. 20 Nahrung, ne? Ich bin nicht in der Position... ...mehr verlangen zu können. Oder alternativ auch ein See. Kann ich auch nicht. Hm, hm. Nee, nee, nee. Schauen wir mal noch ein bisschen rüber. Das hier unten gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Hier haben wir sogar noch Fisch. Ich glaube, Süden sagt mir sogar mehr zu. Ich möchte hier halt noch... Hier möchte ich absichern. Und dann gegen Süden expalala landieren. Hallöchen. Wen haben wir denn da? Zum Glück habe ich die Welle da extra. Dafür habe ich die Welle aufgestellt. Genau für sowas. So, Farmy-Line. Sobald du da bist, gibt's noch ein paar Zelte. Äh, die Richtung, dann den Baumplatz. Ich glaube, ich hab's so ein bisschen im Kopf, wie ich's machen will. Da, 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 da. Hm, hm. Noch ein paar Ranger-Line mehr. Von denen können wir gerade wirklich nicht genug haben. Hier haben wir halt wirklich schon ein paar Renner. Das heißt, ich sollte hier schon relativ früh defensiv bleiben. Aber ein kleines bisschen nach vorne würde ich gerne noch. Ich würde hier gerne noch ein bisschen Farmplatz mitnehmen. Das sollte eigentlich hinordnen. Jetzt bloß hoffen, dass das nicht unnötig anzieht. Und dass das noch zu verteidigen ist. Das ist jetzt gerade risikoreich. Aber wir sind noch in der Anfangsphase des Spiels. Da können wir uns tatsächlich leisten. Ein bisschen risikohafter sein. Dann haben wir viele Vorteile im späten Spiel. Und so viel Zeit verlieren wir dadurch nicht, ne? Wir riskieren nicht viel und können viel gewinnen. Nice. Würde ich sagen. Wir haben so einige Beförderungen. So, ein bisschen schön weit voneinander weg. Dann könnt ihr euch gut decken. Zudecken. Beispielsweise. Alle Archer zudecken. Und ich gehe sogar den Weg und mache sogar noch ein bisschen Dicke. An der Stelle. Okay. Freundchen. Was denkt ihr, wo ihr hingeht? Das hier unten könnte ich eigentlich auch noch nutzen. Für Fisch. Hi. Schön, dass ihr euch beschließt, mich zu besuchen. Dabei ist das gar nicht mal so schlecht. Ein schöner Lockvogel. Bist ein echt komischer Lockvogel bist du. Läuft derzeit noch wunderbar, wie ich finde. Mein Wälder ist bereit. Da wird das Wäldchen angeknabbert. Das ist aber noch nicht kritisch. Du wirst uns nicht komplett verbringen, oder? Was? Deine Wälder sind nicht mehr. Hm. Da kriegen wir doch schon mal ein bisschen Schwiegergeranbesuch. Guck mal, die Schwiegermutter kommt vorbei. Ja. Das wäre besser gut. Hm. 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 Du hilfst hier mal ein bisschen aus. Du gehst wieder ein bisschen mit hoch. Ja, ich weiß. Die Balliste hier war jetzt nicht unbedingt die unrisikohafteste Entscheidung. Aber... Sie funktioniert. Naja. Unsere Soldaten sind in Probleme. Was ist denn? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Und dann machen wir gleich noch eine zweite. Weil es so schön ist. Das mit dem Marktplatz ist dann natürlich ein bisschen schwieriger zu machen. Aber gut. So wie ich es gerne hätte, liest sich es erstmal machen. Wir können es später immer noch erweitern. Nach diesem Prinzip hat man es ja schon mal. Ne? Richtig. Okay. Ich würde sagen, das reicht für einen schönen, flauschigen, geschmeidigen Start. Und... Oh, mein Kaffee ist schon fast kalt. Wow. Oh, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich glaube, ich stelle den Kaffee nochmal in die Mikrowelle. Und dann... Gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Ich finde, dafür, dass unsere Bedingungen nicht so ultra gut sind, machen wir uns ganz gut. Als nächstes würde ich gerne in den Süden gehen. Hier noch ein bisschen absichern. Vielleicht noch eine dritte Balliste. Dann sind wir eigentlich soweit safe, was das hier angeht. Hier oben sieht auch noch ganz okay aus. Der nächste Angriff wird natürlich noch entscheidend. Und ja, als nächstes würde ich gerne da runter und mir das hier sichern. Hier können wir noch eine Fischhütte hinknallen. Hier kriegen wir noch eine Farm rein. Dafür hole ich mir extra den Platz so, dass ich hier noch die Farm dazu aufgebaut bekomme. Dann haben wir erstmal einen schönen Start. Den Marktplatz hole ich mir dann auch noch dazu. Dann sparen wir auch noch ein bisschen was. Den Steinmetz könnte ich jetzt schon mal erforschen. Den werdet ihr mal brauchen. Und dann bedanke ich mich für so etwas zu sehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.